Moin Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir unterwegs mit Jan als Krimineller, aber Jan ist mein Security. Hallöchen. Ja, ihr habt ihn gerade gehört, Security Jan. Er wird mich heute beschützen. Wir fahren hier im Bentley, Ben, Dings da woanders. Und Jan, fahr mal rüber zum Juve, würde ich sagen. Mal gucken, was der Jan hier für einen Aim in Notruf Hamburg hat. Ja, Anti-AP. Okay, Leute, wir haben jetzt hier schon mal einen Koffer. Steck ein, steck ein. Er hat aber auch keine Mission. Okay, es gibt einen Vorteil. Ich werde heute nicht geblitzt und werde nicht 10 Millionen Euro Minus machen, weil Jan fährt ja. Ich habe jetzt keine Stopps losen, aber nee, er hat schon mal geblitzt. Aber wenn du, Jan hast du gutes Aim? Und man wird wahrscheinlich schon nur 10% von das verstehen, was Jan labert, weil er hat immer noch sein Mikrofon, das so leise ist. Jan, nein, nein, Jan, du sollst zum Juve fahren. Du bist ein Schild gefahren. Okay, lass direkt Bank rein. Lass direkt, ähm, ich bin schon pleite. Ich bin schon pleite, Jan. Sagen wir so, ich habe mir alles nur mit Geld gekauft, also mit Robux gekauft und nee, alles nur mit Robux. Das ist ein Lubjam. Und wir werden hier stressen. Er ist down! Du Bank, sofort Bank, warte. Ähm. Wir packen das Auto hier. Nee, wir packen das Auto hier. Hier ist Jan. Ja. Hier ist dein Zwillingsbruder. Er heißt einfach Jan. Hä? Leute, wir haben Jans Bruder ingame gefunden. Der andere ist ein Kopf, da kommt ein Kopf. Die haben wir getroffen. Was geht? Eli, komm her, ich muss dich wieder beschützen. Hilfe! Hilfe! Mein Freund Jan! Jan, Jan, Hilfe. Der andere kommt, Jan. Ich werde hier von allen Seiten angeschockt. Ei. Nein. Ich glaube, das sind... ...viele Magazin. Leute, meine Waffe ist aufgeführt. Ja, ja, lan. Lan. Ja, wo ist dein Bentley? Äh, achso, wir... Lass doch mal kurz den Muni auffüllen, weil ich hab kaum... ...ich hab noch ein Magazin. Jan, wo... Und da... Ich wette euch... Äh, ich wette mit euch... Jan wird jetzt verrecken, weil er straßt mit... Warum schlägst du mich? Ich hab ein Eichhörnchen gefunden. Ne Notrufer. Ich hab persönlich ein Eichhörnchen gefunden. Ist das... Hä? Warum werde ich angeballert? Wer ist das? Das bin ich. Ich hab ne Mod. Ne Mod. Hä? Bist du in der Bank schon? Jan. Ach so. Warte, komm. Wir müssen kurz Waffengebügel füllen. So, Leute. Waffen auffüllen. Also, Jan hat mich bisher... Ähm... ...relativ gut beschützt. Also, Jan, was sagst du denn? Wirst du schaffen, dass ich heute einmal nicht festgenommen werde? Na, kommt drauf an. Wenn jetzt so ein Kaff-Warsch kommt, dann wird's schon schwierig, weil ich kenn... Ja. Ja. Ein paar Worte... Ja, es ist richtig unfett. Laufen die Worte mit der Hatschinen und Geld im Konzept. Ja, ist so. Ja, lass mal ein Bank rein. Ich hab da irgendwie Bomben-Sounds gehört. Äh... Ich hab Bomben-Sounds gehört. Wenn ich Bomben-Sounds höre, dann heißt das, hier drin ist Action. Bitte, wenden sich die Satz... Alles leer. Da ist leer. Hier ist ein RTB. Äh, hier ist noch Geld. Wo? Jan. Auf der anderen Seite ist auch noch... Ah, tschuldig. Wir chillen, dass hier auch noch mal der Bank... Jan hat wegen einem Feuerwehrmann gefühlt Herzinfarkt gerade bekommen. Ich wette mit dir, dass hier jetzt kein Kopf ist. Ähm... Doch. Hier ist ein Kopf. Aber nur ein Toter. Ja, Jan. Wir wollten vor 10 Minuten schon zum... Warte, mach mal dein Automat. Den bekomm ich. Nee, Jan. Ich hab hier schon 5 Sterne. Wir haben gerade jetzt angefahren. Das ist mein Automat. Weißt du? Okay. Ich hab gar nichts. Warum ist der Energy despawned? Ja. Der Energy ist despawned. So, Leute. Wir sind hier bei einem wunderschönen Juwelier. Oh mein Gott, der Juwel. Elis Lieblingsladen benutzt. Hartmut. Ja, in Real Life chill ich auch immer bei Juwo und raub ihn aus, Jan. Weißt du? In Real Life raubt er auch in Real Life den Juwo immer aus, Leute. Was? Das... Was ist ein Kopf? Haselnuss? Was? Nein, das ist kein Kopf. Ja, aber es ist ein Kopf da. Haselnuss hat eine Waffe. Also... Jungs. Ein Kopf ist da, aber der verzieht sich direkt. Ich sollte mal Schutzausrüstung anziehen. Leute, ich hab's gerade mal überlebt. Weil Jan hat's irgendwie dafür gesorgt, dass ich... Hallo! Ähm. Was versucht die Haselnuss da? Haselnuss. Ach, hier gibt's noch was. Lass ihn mal auf Ehrenlos schlagen. Meine F-Taste funktioniert nicht. Leute, wir haben jetzt hier gerade hier den, ähm, Ding, hier den gekillt, weil der hat nicht angegriffen. Und Jan ist natürlich hier der Professionelle. Security. Äh, Jan, ich würd sagen, wir fahren jetzt erstmal hier zum Dealer rüber, weil, ähm, 10 Juwo-Dinger bringen wir schon so ein paar K... Paar Tausend, Fünftausend. Oh, ja, das Geräusch liebe ich. Jan, fahr doch mal näher dran. Verschwendest du nur, Moni, weil du... Ich weiß, ob's Cops sind oder nicht. Jan schießt wieder auf irgendwelche Sachen drauf. Ich käme aus Bayern. Nicht Spaß. Ich sag's nur, easy kill. Jan! Wir werden von hinten angegriffen. Jan! Ey, ich muss mal weg, ich muss mal weg. Ja, ich hab auch keinen... Jan! Einmal bitte eine Ein-Sterne-Bewertung auf Google, ähm, für Jan, weil er ist fast down. Ja, sorry, das ist... Nee, äh, du bist hier Security, ich bezahle pro Minute 10.000 Euro. Wie gehören? Äh, so, alles wieder gut. 10 mal 500. Jetzt hab ich... Wenigstens eine kleine Übersicht, ähm, wie ich hier Minus und so mache. Ich hab halt nur 200k. Aber wir hatten Zuschauer letztens 8k auf ihre Spende. Das war so geil. So ein Lucky Day. Ja, ich hatte so Glück an diesem Tag. 8k geschenkt bekommen. Ich bin halt pleite in EHA. Dagegen kann man aber nichts sagen. Aber egal, wir rauben jetzt hier die Tankstelle aus. Auf einen chilliger Rob. Das Gate ist gerade so dermaßen hier rumgeflogen. Ich mach ja was Lustiges. Wenn die ankommen, baller ich einfach so oft. Ich versteck mich hin. Ja, wenn die überhaupt kommen. Tankstellenrauben interessieren die sich gar nicht. Vielleicht einen Streifenkorb, aber der hat... Warum? Warum Notrufhandlung? Warum? Haha, ich hab 10.000 IQ, Leute. Merkt euch das? Ja, ist ja, Leute. Irgendwie fehlen mir noch ein paar Geldscheine. Komm los. Der sind doch mehr raus. Komm. Ja, okay. Geht so. Wir haben keinen... Ähm, Leute, Jan ist gerade rejoined. Komm. Einmal nur. Ah, Jan, Jan, Jan. Jan. Das ist nicht nett. Die Polizei kommt. Rejoined schnell. Ja, Jan. Die Polizei ist da. Ja, Leute. Ich muss mich jetzt leider von dem Video verabschieden. Also, ihr kennt es eigentlich, wir chillen dann so am Ende im Game. Machen dann da Videoende. Aber jetzt, wegen Jan, chill ich hier im Roblox Home Menü und muss hier das Video so beenden im Roblox Home Menü. Und bedankt euch bei Jan. Sein Discord-Name ist Jan2880. Da könnt ihr ihn gerne adden. Und, äh, sich bei ihm beschweren, wenn er heute kein guter Security für Ehele war. Also, bitte bei Jan2880 auf der App Discord beschweren, wenn er keine gute Security wäre. Und ihr könnt ihn auch dort buchen. Mach dann 8000 die Sekunde. Ticker. Aber, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.